Nino, Ja-Nein-Nicht-Erme-Challenge. Bist du bereit? Sehr, ja. Zweite Runde. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Du kommst ja aus München. Richtig. Und wie bist du da aufgewachsen? Also im Dorf oder? Nee, mitten in der Stadt. Runde 3. Und du bist ja von Freiburg ausgeliehen? Korrekt. Und davor warst du bei? 60. Und davor warst du mal bei Bayern, glaube ich, ne? Genau so. Ist es, ja. Ey, das ist bodenlos, wirklich. Man sieht die Videos und denkt immer so, das kann doch nicht sein.